Servus miteinander, ich bin der Schwalbmanni und seid auch schon Fußballfieber. Ja, der Platz ist gestrichen, die Linien sind gemäht. Ich würde sagen, die Europameisterschaft kann losgehen. Und wenn ihr die wichtigsten Informationen, die beste taktische Aufarbeitung und die größten TV-Experten haben möchtet, dann seid ihr bei mir genau an der verkehrten Stelle. Denn ich, als ausgewiesener Fan vom Traditionsklub Schwarz-Weiß-Presssack, präsentiere euch an jedem EM-Spieltag die absolute Analyse. Also, auf was wart ihr? Schaut vorbei, ich würde mich freuen. Servus, geführt euch! Schatz